Die Versicherungssumme für die Gitarre beträgt 3.000 Euro für 60 Monate, was 10 Hundertstel ihres Antrags entspricht. Ich warte darauf, dich zu lesen. Servus auf der Mehlmüllhalde. Heute lerne ich Calvin kennen. Calvin ist zwar oft sehr verwirrt, hat aber anscheinend eine Vorliebe für Gitarren. Und er bescheißt Leute. Ich hoffe nur, er behandelt seine Gitarren besser als er mich behandelt. Schauen wir einfach mal rein. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf das Making-of-Video, welches ich in der Videobeschreibung verlinkt habe, damit du weißt, wie ich an diese unterschiedlichen Scammer gekommen bin. Und nun viel Spaß mit Calvin. Calvin hat sich auf mein Inserat gemeldet und wollte in der ersten Mail gleich mal alle persönlichen und sensiblen Daten von mir. Das habe ich erstmal ignoriert und habe mit meiner Standard-Mail wie im Making-of-Video zu sehen, geantwortet. Darauf hat der Kreditvergabe-Profi Calvin ausführlich zurückgeschrieben. Er hat mir sachlich und ausführlich erklärt, dass keine Bank ein Darlehen an jemanden ohne Einkommensnachweis vergibt. Da hat er ja nicht Unrecht, dass dies zumindest ein sehr schweres Unterfangen ist. Allerdings gäbe es ja auch Versicherungen. Und mit einer solchen Versicherung gegen Zahlungsausfall wegen Tod, Erwerbsunfähigkeit oder Arbeitsplatzverlust ließe sich da schon was machen mit dem Darlehen. Also habe ich natürlich gleich gefragt, wie viel denn solch eine Versicherung kosten könnte. Und mit dieser verwirrenden Antwort habe ich tatsächlich nicht gerechnet, auch wenn ich schon einiges aus meinen Unterhaltungen mit den verschiedenen Scammern gewohnt bin. Die Versicherungssumme für die Gitarre beträgt 3000 Euro für 60 Monate, was Zehnhundertstel ihres Antrags entspricht. Ich warte darauf, dich zu lesen. Aber das war natürlich eine herrliche Vorlage für mich und so musste ich sofort nachfragen, was es denn mit der Gitarre in meinem Fall auf sich hat. Superstar Kelvin hat natürlich nichts verstanden und so habe ich ihm ein Foto einer Gitarre geschickt, mit der Frage, warum ich 3000 Euro für eine Gitarrenversicherung zahlen sollte. Aber Kelvin ist ja nicht dumm und weiß, was zu antworten ist. Es ist nicht Gitarre, sondern die Übersetzung ist falsch. Ich sage, dass Sie für Ihre Versicherungsgarantie für 60 Monate nur 3000 Euro bezahlen mussten. Okay, ich habe es ja schon verstanden. Die Versicherungssumme für die Gitarre sollte eigentlich die Versicherungssumme für die Garantie sein. So ist es halt, wenn man versucht, mit Übersetzungsprogrammen einen Muttersprachler zu bescheißen und dabei selber null Ahnung hat, was man von sich gibt. Um die Kommunikation zu vereinfachen, wäre ich für ein persönliches Treffen oder zumindest ein Telefonat bereit gewesen. Natürlich habe ich weder Telefonnummer noch Adresse bekommen. Stattdessen Wir sind in Frankreich und unser Darlehen ist international. Dass ich die Kreditversicherung in Höhe von 3000 Euro nochmal verhandeln wollte, weil viel zu teuer, wurde natürlich ignoriert. Dazwischen kommt auch eine Mail auf Französisch. Stattdessen wurden wieder meine Daten abgefragt. Auf Deutsch und auf Französisch. Nun das alte Spiel. Ich verweigere und bestehe auf Antworten. Er fragt, welche Antworten ich denn meine. Ich frage wieder nach Kontaktdaten. Ich glaube, dieses Hin und Her hat ihn etwas grantig gemacht. Welche Informationen soll ich Ihnen geben? Sie benötigen einen Kredit und wir teilen Ihnen Ihre Kontaktdaten mit und Sie lehnen dies ab. Wie sollen wir Ihre Akte erstellen, um sie an die Bank zu senden? Hören Sie, mein Herr, wir beschäftigen uns seit mehr als fünf Jahren mit der Vergabe von Krediten an Privatpersonen. Hier ist meine WhatsApp-Nummer bla bla bla. Hören Sie zu, unser Hauptsitz ist in Frankreich. Wo ich derzeit arbeite, verstehen Sie, dass wir unsere Arbeit sehr ernst nehmen, aber es scheint mir, dass Sie keinen Kredit benötigen. Vielen Dank für Ihre Freude. Wenn Sie wirklich einen Kredit wünschen, teilen Sie uns die Informationen mit, dass Ihre Akte studiert wird und gleich nach der Analyse Ihrer Akte werden wir sehen, ob wir Ihnen die Genehmigung gewähren können. Herzlich! Nun weiß ich wohl, dass es nichts bringt, aber ich muss es einfach immer wieder loswerden. Ich verstehe auch nicht, wie diese Leute anscheinend doch immer wieder jemanden finden, der auf deren Masche reinfällt. Hast du da eine Erklärung für mich? Dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Jedenfalls scheint es Calvin dann auch mal aufgefallen zu sein, dass es bei mir nichts zu holen gibt und er hat noch eine abschließende Abschieds-Mail geschrieben. Die wollen wir uns schon noch ansehen. Sie wissen nicht, dass es sich um einen Online-Kredit handelt. Wenn Sie so streng sind, warum gehen Sie dann nicht direkt zu einer Bank in Deutschland? Damit ist bereits bewiesen, dass Sie für einen Kredit nicht in Frage kommen. Darlehen in Höhe von 30.000 Euro, Sie werden uns die Zeit so bezahlen lassen. Wenn Sie Ihre Informationen nicht senden möchten, gehen Sie zur Bank oder lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe nicht nur Ihre Zeit. Die Sache ist, dass Sie nur da sind, um die Leute zu korrigieren schreiben, aber Sie haben nicht einmal die Mittel, die Verwaltungskosten zu bezahlen. Das war es dann wohl. Wieder einen liebgewonnenen Menschen verloren. Ich habe mich dann auch noch verabschiedet und ihm alles Gute gewünscht. Vielleicht war die Sache mit der elektrischen Entladung während dem Stuhlgang etwas zu viel, aber immerhin habe ich mit einem Gedicht abgeschlossen. Aber du kleiner Wicht verstehst das nicht. Finde ich einen schönen Schlusssatz. Ich hoffe, wir haben wieder alle etwas gelernt und würde mich über ein Abo mit Glocke und ein Like freuen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und damit Servus bis zum nächsten Video. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020